Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Stände Mixt. Heute gibt es einen klassischen kubanischen Cocktail mit Minz und Limette, heißt Mojito. Was ihr dazu braucht, erfahrt ihr jetzt. Ihr braucht Rum, ich nehme immer sehr gerne Habana Club. Ihr braucht Lime Juice. Ihr braucht braunen Rohrzucker. Ich erzähle euch, dass ihr den braucht. Noch besser und noch leckerer geht es mit weißem Rohrzucker. Das ist aber ein bisschen schwieriger zu organisieren. Mit braun geht das genauso gut. Limette und wir brauchen frische Minze. So, wir schneiden die Limette und zwar indem wir Kopf und Fuß abschneiden und die dann in acht Teile teilen und zwar erst mal von oben nach unten und dann quer durch die Limette durch, weil nur so bekommt ihr auch tatsächlich Saft aus der Limette. Die kommt ins Glas. Dann kommt dazu zwei Barlöffel brauner Rohrzucker sowie gute zwei, drei CL von dem Lime Juice und unsere frische Minze. Jetzt nehmen wir hier so einen Holzstüssel, im Fachjargon Maddler genannt und zerdrücken damit die Limette und drücken aus der Minze die ätherischen Öle raus. Achtet dabei darauf, dass ihr Kontrolle im Oberarm habt, weil wenn ihr da drauf rum drückt und die Limette mordet, dann drückt ihr ganz viele Bitterstoffe aus der Limette raus, die wir gar nicht im Cocktail haben wollen. Das heißt, seicht andrücken und die ätherischen Öle aus der Minze mit rauslegen. Und jetzt gehen wir zur Eismaschine und füllen das Glas mit Eis auf. So, mit Eis aufgefüllt haben wir das Ganze. Da rein kommt jetzt unser Rum. So, und ein guter Schluck Wasser mit Kohlensaube für den Blub. So, das Ganze rühren wir jetzt einmal kräftig durch und dann ist das Ganze auch schon fertig zum Servieren. So, Stirrer rein, Strohhalm rein. Bitteschön. Und das war der Mojito. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, der Ständer mixt dein Lieblingscocktail.